Ja, ja, alles klar, aber seid ihr auch in der Lage, uns die technologischen Mittel zu liefern, mit denen wir unseren Verkauf ankurbeln, Zeit sparen und die Arbeit in unseren Abteilungen vereinfachen und optimieren können? Das ist eine gute Frage. Das gibt uns die Möglichkeit, einen Überblick über alle technologischen Neuerungen zu geben, die jetzt zur Verfügung stehen und zu erläutern, wie diese Arbeitsmittel eingesetzt werden, die mittlerweile längst zu unserem Alltag gehören. Zum Beispiel in der Buchhaltung. Mit den Prozeduren zur elektronischen Archivierung der Dokumente in CPAD X benutzen unsere Vertragshändler heute die E-Mail, um ihren Kunden die Rechnung zu schicken. Softwarepakete, die von anderen Firmen entwickelt worden sind, lassen sich mithilfe von Programmen zur automatischen Vernetzung nutzen und geben dem Benutzer die Möglichkeit, mit modernster Software für die Finanzverwaltung und Finanzplanung zu arbeiten. Im Verkauf können Gebrauchtwagen nach entsprechender Reparatur und nach Festlegung vom Verkaufspreis öffentlich auf einer oder mehreren Websites angeboten werden, ganz nach Wunsch vom Vertragshändler. Toll! Und wie sieht es mit der Logistik und der automatischen Verwaltung der Fahrzeugbestände aus? Für Unternehmen, bei denen wie bei Ihnen Neuwagen und Gebrauchtwagen in großer Zahl bewegt werden, sind die Kontrolle vom Fahrzeugbestand und vom Standort der einzelnen Fahrzeuge von ausschlaggebender Bedeutung. Durch die Installation von Funkanlagen an den Toren der Einfahrt und Ausfahrt der Standplätze, an der Werkstatteinfahrt und an allen Fahrzeugen ist Sipat X in der Lage, den Standort vom gewünschten Fahrzeug schnell und präzise zu ermitteln, auch wenn sich das Fahrzeug in einer weit entfernten Niederlassung befindet. Mithilfe der Geräte, mit denen das zuständige Personal ausgestattet wird, können ein oder mehrere Fahrzeuge von einem Ort an einen anderen und von einer Niederlassung in eine andere gebracht oder auf einem neuen Parkplatz abgestellt werden. Sipat X ist in der Lage, jedes Fahrzeug grafisch rückzuverfolgen und in einem einzigen automatischen Vorgang Lieferscheine für das Verladen und Abladen oder Aufträge für die zahlreichen Arbeiten zu erstellen, die für die ordentliche Wartung vom Fahrzeugbestand erforderlich sind. Ist das nicht toll, wie viel Zeit Sie damit sparen können? Ganz zu schweigen von der Garantie und der Genauigkeit der Inventurdaten. Fantastisch! Und was ist, wenn ich einmal nicht im Büro bin? Kann ich dann auch die wichtigen Daten für Umsatz und Leistung meines Unternehmens abrufen? Selbstverständlich! Wir haben die ideale Lösung für Sie. Wenn Sie nicht im Büro sind, können Sie mit Ihrem iPad und C-Part BI nicht nur alle Business Intelligence Module in Echtzeit aufrufen, einschließlich aller Geomarketingdaten, sondern auch allen Verkäufern in allen Niederlassungen und für alle Marken, die Analyse der Verkaufszahlen im Vergleich zum Umsatzziel schicken. Und das jeden Tag, wenn Sie möchten. Ich habe noch eine letzte Frage. Können dann auch meine Verkäufer mit dem Tablet arbeiten? Selbstverständlich! Unser neues Modul C-CarWeb erlaubt es Ihrem Unternehmen, einen echten Qualitätssprung zu machen. Das neue Modul C-CarWeb ist perfekt auf C-Part X abgestimmt und mit seiner intuitiven Grafik wirklich einfach zu benutzen. Mit einem iPad kann jeder Verkäufer die Verhandlungen mit einem potenziellen Kunden auch dann aufnehmen oder fortführen, wenn er nicht am Schreibtisch sitzt und Konfiguration, Ausstattung und Optionals für das gewünschte Fahrzeug eingeben. Mithilfe der Kundendaten verbindet sich C-CarWeb mit der Datenbank der Kfz-Meldestelle und prüft die Konfiguration vom Gebrauchtwagen, um so eine korrekte Bewertung zu ermöglichen. Dazu muss nur das Nummernschild eingegeben werden. Außerdem ist C-CarWeb mit den Datenbanken der angeschlossenen Kreditinstitute verbunden und kann Angebote für eventuelle Finanzierungen erstellen. So kann der Verkäufer seine Verhandlungen erfolgreich und korrekt zum Abschluss bringen. Die Begeisterung vom Kunden zu nutzen, ist das Erfolgsgeheimnis beim Verkaufen. Perfekt. Wir können also die Verkaufstätigkeiten auch außerhalb der Niederlassung durchführen? Aber sicher, C-CarWeb ist nicht auf die Niederlassung beschränkt, sondern kann überall genutzt werden. Das bedeutet, dass ihre Verkäufer nicht passiv in der Niederlassung auf Kunden warten müssen, sondern die Firmen in ihrem Gebiet besuchen können. Nachdem sie die Kosten für die Verwaltung vom Fuhrpark der Firma erfasst und analysiert haben, sind sie in der Lage, ein Angebot für das Auswechseln vom kompletten Fuhrpark zu erstellen und das Angebot durch Erläuterung der steuerlichen und wirtschaftlichen Vorteile noch attraktiver zu machen. Wie Sie sehen, neue Mittel für einen proaktiven Verkauf. Wir bieten Ihnen ein neues Geschäftsmodell an. Wir sind in der Lage, Ihnen wirkungsvolle Mittel anzubieten, mit denen Sie besser und mehr verkaufen können. Das sind die neuen strategischen Arbeitsmittel vom Top-Management, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen werden. Fantastisch! Das ist das Arbeitsmittel, das ich mir immer gewünscht habe. Wann können wir die Installation planen? Siebhard X – Die Lösung Siebhard BI – Alles auf einen Blick Essay Italia – Durch Erfahrung stark Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020